Warnblinkanlage an! Was für Schwachköpfe! Viel zu schnell, viel zu schnell! Haben wir einen! 3, 2, 1! Zang! Ja, das ist klar! Aber der ist lang! Der ist lang! Ja, zack! Der auch lang! Oh! Und los geht's! 1, 2, nein, 2 nicht! Schade! Der hat ja gar keine blöde Reaktion! Wie viel warm ist jetzt 6 Uhr? Warnblink bitte! Dann kommt er auch wieder an! Los geht's! Ja! 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 Ja, ja, ja! Und... Krügelchen kommt! Zang! Noch einer, glaube ich! Zang schon? Ja! Noch einer! 13! 13! Da noch ein Kabinat! Oh, Alter! Alter, der soll ein bisschen eilig sein. Der ist auch richtig total. Desmart? Oh, LKW, ja! LKW kann hier auch noch kommen. Könnte auf jeden Fall mal werden. Wupp! Weißt du? Der gibt mir Sohn. Der gibt mir so nach außen. Der etwas? Ja, der wurde echt. WohohohohohohohohohOh, Alter, ich hab Sie bis in die bisschen überlassen. Alter, ich hab sie! Gegen Odi hat sie noch gepackt. 3, 2, 1! 3, 2, 1! 3, 2, 1! Und los geht's! Ich fahre nochmal die Maul. Wirklich heiß. Wirklich noch was. Der Nächste. Der andere auch, der jetzt hier hinter kommt. Der hat die Karte. Feste zu. Oh wie süß. Ganz hohe. Satin. Schade. Blitzt. Der andere geht voll in Eisen. Schade. Der Bulli hat's noch gepackt. Schade. Den hab ich auch drauf. Alter. Und 3, 2, danke. Ja, der zum Beispiel. Auf jeden Fall. Danke. Danke. Der auch. Der auch. Ja, also Toast. Den hab ich. Den hab ich. Der ist durch. Das ist ja so übel hier. Nee. Nee. Ab gut. Boah, das ist ärgerlich. Vor allem, der war für die Gassen. Jetzt ist gut gut. Was war? Du meinst sicher? Tendenziert aus Leeratmen. Doch. Der hinteren war ja nur. Fahr voll. Sicher? Ja, der Audi ist weg. Bestimmt auch kurz vorm Schalt. Tendenziert aus Leeratmen. Mörams. Nimm den Regeln. Das ist halt... Uuuuua. Läger zu Ngocke. Wies. Wieder einmal. Die hat die Frau zu spät. Man sieht es ja. Ticklitz. Es ist ja gut. Ich hab richtig gelb. Geil. Geil. Oh, hier. Da! Danke! Nein! Danke! Los geht's! Ich bin der Ernst. Hey, danke. Hör mal den. Die Abfahrt verpasst dann. Oh, der ist immer sicher. Der mal vom Ende. Hier vorne über... So, jetzt kann man... Ja. Wow! Der wird... Das ist... Der hinteren könnte, Alter. Jetzt noch der hinteren, das wäre lustig. Warte. Los geht's. Lohnt sich der BMW. Das ist wie der Hängerfahrer. Der Hängerfahrer... Warte. 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 Oh, der hat noch gebremst, aber hat es nicht mehr geschafft. Da ist es. Warte. Ja. Ja. Die hat voll die kleinen Füße. Und die ist auch noch andere...